Charlie, aufwachen. Hallo, aufwachen. Ab heute sind wir zu zweit. So leicht wirst du mich aber nicht los. Hallo mein Bruder. Hast du gerade mit deinem Penis geredet? Fällt dir was auf, dass ich der Einzige bin, der mit seinem Geschlechter redet? Es gibt Schlimmeres, oder? Wieso? Das ist kompliziert. Das brauchen wir. Ja. Sprichst du mit deiner Vagina? Pulver! Oh, das ist alles so viel! Dein Ernst? Hast du mich vermisst? Na, du kannst es dir nicht vorstellen. Alter, was erzählst du da rum? Okay, was ist der Plan? Ich hoffe, es hilft, erträ bore безdise kinder! Aber ich Buddhist, bei der Hubert und banhe zuerst. ..." Untertitelung des ZDF für funk, 2017